Wir haben ja den besten Status und Ausstellung. Und dann 60 Tonnen und dann haben wir es. 2. Position auf die Vortür, Mika Meier und dann Jesse Mustonen. So, unangebrochen an der Spitze, da ist Chris Harris. Und Chris Harris ist da vorne. So, unangebrochen an der Spitze. So, unangebrochen an der Spitze.